Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir unser Forschungsviertel fertiggestellt und zumindest erstmals fertiggestellt. Mal sehen, wie wir es noch ändern werden im Verlauf des Spiels, aber so soll es erst mal bleiben. Heute möchte ich mich ganz gerne diesem kleinen Schandfleck hier widmen, denn unser Zoo, der steht hier zwar an sich ganz schön. Das Problem ist aber, dass wir hier in unseren Plätzen nur die Tiere eingeplant haben, die wir bis dato noch kannten. Also haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Tiere. Ich glaube, wir haben 8 Plätze frei, weil das dann irgendwie passt von der Anzahl, weil es dann schön symmetrisch ist. Das Problem ist jetzt aber, ah ne, hier ist das 8. Tier, was uns noch gefehlt hat. Das Problem ist jetzt aber genau das hier. Wir haben hier ein paar Extrasets gekriegt, also ist ja eigentlich kein Problem, aber die haben jetzt natürlich keinen Platz mehr da, wo der Zoo aktuell steht. Das heißt, wir werden den Zoo heute wegverlegen und werden schon mal weiteren Platz einplanen für diese Extratiere. Das sind 6 hier oben plus 3 mal 6, das sind 24 weitere Tiere, die wir einplanen müssen in den Platz. Und ich habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Der einzig wirklich prädestinierte Platz dafür ist eigentlich hier. Das heißt, ich würde den Zoo einmal nehmen und würde den mal nach hier hinten verlegen. Und dann müssten wir gleich mal gucken, wie wir hier die genau dran basteln. Erstmal schließen wir den Zoo aber hier wieder an, damit wir hier einfach direkt eine Verbindung wieder haben und dem seine Attraktivität auch mit einwirkt. So, und jetzt brauchen wir irgendwoher 24 weitere. Ah, Moment, Modulbegrenzung 60. Das heißt, wir müssen auf eine Modulbegrenzung von 24 weitere. Ist auch nicht so schwer, 84. Okay, gut, damit sollten wir eigentlich ganz gut vorankommen und das irgendwie hinkriegen. Vor allem, wenn uns hier die Modulbegrenzungen noch gegeben sind, ist natürlich praktisch. Und ich baue jetzt direkt hier schon mal so am Rand. Denn dann können wir mal gucken, ob wir es wirklich praktisch hier irgendwie reinkriegen. Vielleicht könnten wir hier sogar ein bisschen umdrehen nochmal, dass wir hier in die Breite gehen mit dem Zoo. Und dann können wir hier nämlich noch gut was auffüllen, bevor wir dann hier wieder in die Quere gehen. Hier passt dann nichts mehr hin, okay. Auf 84 mussten wir nur kommen, ne? Das haben wir ja fast, super. Das ging ja jetzt relativ schnell. Eins, zwei, drei. Und dann würde ich den vierten theoretisch hier hin machen. Und dann würde ich hier einmal ein bisschen was verschieben an so Modulen. Dann ist das Ganze vielleicht nicht mehr so symmetrisch, aber trotzdem irgendwie passend. Ja, so an sich finde ich das eigentlich in Ordnung. So, jetzt ziehen wir hier nochmal eine Straße durch und checken nochmal kurz hier, dass wir jetzt auch nirgendwo irgendwie einen groben Fehler gemacht haben. Ich finde, das sieht auch gar nicht so schlimm aus jetzt aktuell mit den ganzen leeren Gehegen. Das ist so ein bisschen, als wäre hier hinten der Zoo noch im Aufbau, was er ja eigentlich damit auch ist. Also da werden wir uns vielleicht auch mal ein bisschen ein paar Items gönnen müssen über unser liebes Forschungsinstitut. Ein paar Tiere, die uns fehlen. Aber den zu füllen, behalten wir uns mal noch ein bisschen auf. Hoffentlich haben wir uns nicht verkalkuliert. Gut, damit hat sich hier natürlich ein Riesenplatz ergeben, der natürlich auch genutzt werden soll. Das heißt, ich nehme hier jetzt als allererstes mal die Straße weg, genauso wie ich hier die Straße wegnehme. Wir sollten hier vielleicht auch überlegen, ein bisschen Platz zu lassen, um den Palast nochmal zu erweitern. Ich glaube, so hübsch werden wir den nicht lassen können. Und warte mal, sag mir nicht der botanische Garten. Da gilt wahrscheinlich genau dasselbe, ne? Hä? Warum sind die alle nicht verfügbar? Was soll das? Das verstehe ich jetzt nicht. Kann man die Pflanzen nur in der jeweiligen Welt ansammeln? Nein. Wir haben ja auch das, was war es, Sargasso-See-Set? Nee. Wir haben irgendein Set unten. Nee, das war ein Tier-Set, ne? Moment, Leuchtkreaturen? Abgründige Tiefen, arktische Tundra, das sind doch, das sind doch Zoo-Sets. Moment mal. Hier, das sind die drei Zoo-Sets. Okay, ich weiß nicht, ob das Buggy ist oder was hier los ist. Aber irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Sind das wilde Seen und große Wüste? Sind das auch die Zoo-Sets? Ja, große Wüste, wilde Seen. Hä? Okay. Da scheint irgendwas im Botanischen Garten schief zu laufen. Meiner Meinung nach dürfte da jetzt nichts drin sein von dem Zoo. Aber naja, egal. Gut. Gehen wir erst mal mit unserer bahnbrechenden Entdeckung, die wir entgegennehmen. Und weil wir jetzt gerade so viel an Crown Falls arbeiten, werden wir jetzt mal Ölquellen verschieben erforschen. Denn, sind wir ehrlich, wie sie hier stehen, ist nicht optimal, wenn man die hier irgendwie in die Ecke geferscht kriegen würde. Wäre natürlich cool, ne? Und das werden wir, glaube ich, mal probieren. Wobei man auch überlegen könnte, die irgendwie ein bisschen anders zu platzieren. Hier beispielsweise. Damit man dann irgendwie einen besseren Rundweg hat. Wobei das eigentlich in Ordnung ist. Dann hat man hier zwei verschiedene Wege dahin. Ne, das können wir eigentlich so lassen erst mal. Ja. Und jetzt sehe ich gerade hier haben wir sehr unterschiedliche Höhen der Straße. Also hier haben wir relativ lang eine Höhe. Dann wechseln wir einen hoch. Dann wechseln wir noch einen hoch. Dann wechseln wir irgendwie vier runter. Da werden wir gleich mal gucken, dass wir die Gebäude nochmal ein bisschen verschieben. Und wir fangen direkt mal mit der Polizeistation an. Denn hier kommen dann ja einfache Bauernhäuser hinten dran. Die Polizeistation wird ja auch bleiben. Das heißt, wir können die direkt schon mal wirklich final mit einplanen. Dass die auf jeden Fall mit dabei ist. Aber das müssen wir jetzt hier beispielsweise nicht mehr machen. Und hier wird sich dann ein bisschen was verschieben um eins. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann bauen wir hier hinten nochmal einen kleinen Platz ein. Also einen kleinen Platz irgendwie. Ein paar Bäume oder so. Damit das dann auch bis zum Palast auffüllt. Und im Zweifelsfall reißen wir hier unten Richtung Palast nochmal ein bisschen was ab. Ist dann auch nicht schlimm. Jo, hier kriegen wir es jetzt nicht besser hin. Hier könnte man jetzt überlegen, das einmal so zu ziehen. Dann kommen wir hier unten wieder ganz anders raus. Aber auch weiterhin nicht schlimm. Und hier fangen wir dann auch nochmal ein bisschen anders an. Um eben das Maximum hier aus dem Platz, den wir hier haben, rauszuholen. Hier könnten wir dann wieder. Okay, da kommen wir so weit. Die nehmen wir nochmal raus. Hier die Plätze. Und werden hier nochmal hier ein Bauernhaus hin platzieren. Und dann gehen wir hier den Weg. So. Und dann können wir hier auch noch ein weiteres Haus anschließen. Ist vielleicht jetzt nicht der effizienteste Weg, die ganzen Häuser anzuschließen. Es ist aber definitiv der schnellste Weg. Da hätte man vielleicht noch mit einem... Ja, wobei eigentlich mit quer hätte man vielleicht auch gar nicht so viel noch rausholen können. So. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, ob hier alle Versorgung an öffentlichen Gebäuden gegeben ist. Hier das zum Beispiel gefällt mir schon mal nicht. Das ist irgendwie ein großes Durcheinander. Die würde ich gerne einmal abreißen und neu platzieren. Dann kriegen wir nämlich hier... Können wir dann auch hier die Straße rausnehmen. Und hier passt ein weiteres Haus rein. Genauso wie hier. Und dann platzieren wir die Polizei und die Feuerwehr gleich einfach neu. So. Schließen wir die einmal noch an. Und oh, hier hinten muss auch noch angeschlossen werden. So. Jetzt sind zumindest alle schon mal angeschlossen. Jetzt können wir kurz hier noch die Feuerwehr reinsetzen. Die wir noch haben wollten. Jo. Hier. Und wir brauchen noch die Polizei. Denn auch hier unsere Bauern oder gerade unsere Bauern neben unseren Ingenieuren müssen natürlich im Zaun gehalten werden. Sonst machen die hier Randale. Und das können unsere Investoren genauso wie unsere Ingenieure nicht ab. Hier baut sich noch die Versorgung auf. Dann können wir es auf dreifacher Geschwindigkeit laufen lassen. Aber der Marktplatz scheint überall noch ranzukommen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, wunderbar. Dann müssen wir den nicht neu bauen. Das ist schon mal was Gutes. Das wäre damit dann schon mal erledigt. Und wir haben hier unser nächstes kleines Viertel reingesetzt. Ich würde sagen, hier bis zum Palast machen wir tatsächlich so ein bisschen Kultur hin. Oder vielleicht ein paar landwirtschaftliche Ornamente. Heuwagen, Heuballen vielleicht. Hier lagern unsere Bauern ihre Heuballen. Auch da, ich kann es nicht oft genug sagen, schade, dass der Boden sich nicht irgendwie anpasst dazu. Vielleicht könnte man halt sagen, wir ziehen da sonst. Es gibt aber auch keinen Vergleichswagen, äh, Laden. Äh, kein, na, vergleichbare, einfach nur Wiese dazu, oder? Ist die hier vergleichbar? Ja, die ist vergleichbar. Okay, das heißt, wir könnten hingehen und könnten diese Wiese, also das Gras, hier einmal langziehen, damit sich das hier anpasst. Ja, okay, das ist eine Art und Weise, das zu lösen, aber irgendwie keine nice Art und Weise, weil, also wirklich was ersetzt haben wir damit jetzt nicht. Und trotzdem hat man hier noch harte Kanten am Rand, was mir, na, nicht gut gefällt. Naja, so, jetzt haben wir hier ein bisschen was an Deko, vielleicht nehmen wir so, alle paar nehmen wir mal ein bisschen was raus, vielleicht auch mal ein paar mehr und werden dann noch ein bisschen die anderen landwirtschaftlichen Gebäude reinsetzen. Oh Gott, ups, das war ein Versehen, schnell wieder hingesetzt. Wobei da jetzt eigentlich landwirtschaftliche Elemente reinzubauen, ist ja auch komplett hohl, denn die werden ja auch alle aufsteigen. Na ja, aber vielleicht lassen wir die dann noch da so für das Feeling. Eine Schaukel, Wäschelein haben wir hier noch. Die sind aber zwei breit, das heißt, wir nehmen mal hier noch ein weiteres raus. Dann kommen hier einmal Läschewein, Wäschelein rein und eine Schaukel. Jetzt haben wir immer noch einen freien Platz. Wir haben noch keine Vogelscheuche. So. Jetzt sind alle wieder versorgt. Hier haben wir auch ein Plumpsklo, das heißt, die Leute können hier auch mal, ach, da geht direkt schon mal einer. Und tut so, als würde er kurz auf Klo gehen, biegt dann aber wieder anders ab. Ja, und damit können wir die eigentlich schon alle upgraden. Und unsere Ornamente dafür sind definitiv viel am Platz dann. Was ist hier los? Ihr wollt noch nicht? Okay, dann warte ich noch auf euch, bevor ich den Rest upgrade. Wir können aber mal von Handwerkern nochmal ein bisschen Richtung Ingenieure gehen. Mit unserem Handwerkerviertel hier. Was wieder ein bisschen braucht, bis es geladen hat. Und was ist mit euch? Ihr habt nicht genug Schule. Aber das ist ja eigentlich ganz praktisch. Dann tauschen wir euch mal kurz mit hier zwei Ingenieurshäusern, denn die Ingenieurshäuser brauchen ja jetzt keine Schule mehr. Und dann können wir euch trotzdem noch upgraden. Und die würde ich ja auch noch gerne wegversetzen. In der Zukunft irgendwann. Hat alles keine Eile. Sind wir noch was am Erforschen? Ja, sind wir. Okay. Nein, danke, Bente. Keine Wimmelbildaufgabe. Ähm, okay. Gut, das Viertel steht. Ist das denn auch noch mit Schule versorgt und so? Wahrscheinlich nicht. Oh, könnte sein. Wir haben hier unten noch eine. Vielleicht macht die das alles. Die bauen wir jetzt aber mal aus. Ihr seid eh ein bisschen hinterher. Rundherum nur noch Ingenieure und Investoren. Und da so fünf kümmerliche Bauernhäuser. Beziehungsweise jetzt immerhin Arbeiterhäuser. So. Gut, dann ist das erledigt. Euch würde ich noch gerne upgraden. Ihr seid mal noch ein bisschen ein Dorn im Auge. Wobei hier die Bauernhäuser eigentlich viel schlimmer sind. Schule ist versorgt bei denen. Wunderbar. Checken wir noch mal kurz die Lage rundherum. Wunderbar. Wir müssen natürlich auch noch überlegen, ob wir hier wirklich unsere Produktion an Glas behalten. Oder ob wir die einfach auch nach Yandelflock rumsetzen. Ich glaube, das wäre die smartere Entscheidung. Weil hier nimmt sie nur Platz weg. Und es gibt keinen Nachteil daran, einen Yandelflock zu produzieren, meiner Meinung nach. Deshalb sollten wir uns das mal ganz dringend überlegen, ob wir das nicht machen wollen. Okay. Gut, das Bauenviertel würde ich sagen. Graden wir jetzt in einem Rutsch mal schnell ab zu Arbeitern. Wunderbar. Dann können wir hier. Ah, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben zwar 13.000 Ingenieurs, Arbeitskräfte. Wir brauchen aber natürlich einige davon, um hier im Forschungsviertel das alles ein bisschen schneller zu machen. Denn wenn wir nur 1.000 einsetzen würden, dann würde uns das anderthalb Stunden dauern. Mit 10.000 sieht das schon ganz, ganz anders aus. Und immerhin nur 10 Minuten. So, jetzt haben wir 4.000 Arbeitskräfte, die wir upgraden können. Dann können wir hier so einen Block ja locker hochziehen. Ja, wunderbar. Aber nicht nochmal genau so einen Block von der Größe. Sonst wird es schon kritisch. Ja, einen kleinen Block machen wir noch. Und dann lassen wir es aber mal auf ein bisschen Puffer. Aber unser Puffer ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Aber zum Glück ziehen hier hinten schon wieder die nächsten ein. Und ihr wollt direkt schon wieder upgradet werden. Das lasse ich mir doch gefallen. Hier unten brauchst du noch ein bisschen. Und hier dieses Kraftwerk. Das beschwert sich immer. Aber es hat auch immer genug Öl. Also brauchen wir da nicht unbedingt uns jetzt drum zu scheren. Ja, der nächste Weg ist dann eigentlich hier in die Richtung weiter auszubauen. Und da weitere Zentren reinzubauen, um dort dann eben unsere Bauern auch weiter anzusiedeln. Und ich würde sagen, das machen wir heute. Heute machen wir ein bisschen Stadtplanung. und gehen dafür sogar mal in den Blaupause-Modus. Beziehungsweise, was wir mal auschecken sollten, bevor wir das hier machen, ist, wo wir noch ein Kraftwerk brauchen. Moment, das versorgt bis hier. Krass. Moment mal. Dann gucken wir doch einfach mal, wie weit wir hier mit dem Strom kommen. Wir kommen mit dem Strom bis hier ungefähr. Boah, dann fehlt ja gar nicht mal so viel. Wobei wir uns auch überlegen könnten, einfach hier noch ein Kraftwerk reinzusetzen. Dann haben wir nach links und nach rechts versorgt. Denn ich glaube, wenn wir jetzt hier irgendwie in die Richtung gehen, dann ist ja auch relativ schnell Schluss mit Strom. Ja. Also ich würde ungern hier die ganze Region, also hier hinten und hier irgendwie unangeschlossen an Strom lassen. Da könnten wir noch mal für ein bisschen extra Strom sorgen. Wir könnten es machen über ein normales Kraftwerk. Wir könnten uns aber auch überlegen, noch ein gasbetriebenes Kraftwerk da reinzubauen. Dann würden wir uns hier die Schienen sparen. Weil ich glaube, Gas haben wir gar kein Problem im Moment mit. Worunter fällt Gas? Unter Zwischenprodukt? Nein. Unter Arommaterial auch nicht. Hier. Gas. Wir haben super viel Gas auf Lager. Ich würde sagen, wir bauen uns da hinten ein Gaskraftwerk rein. Weil es hat für uns jetzt keinen Nachteil. Wir haben genug Zeug dafür. Dann können wir auch ein gasbetriebenes Kraftwerk hier reinsetzen. Was wir aber erstmal auf Pause machen können. Denn die brauchen ja aktuell noch nichts. Und dann kriegt ihr noch ein Lagerhaus daneben. Damit ihr da direkt beliefert werdet. Ja. Und dann sollte das auch schon passen. Weil wo läuft der jetzt hinten? Der läuft hier hinten zu dem Lagerhaus. Das ist mir zu weit. Das muss nicht sein. Okay. Gut. Weil dann können wir nämlich eigentlich auch sagen, dass ab hier das nicht mehr nötig ist. Unsere Schiene. Das heißt, wir können hier nochmal eine direktere Verbindung schaffen. Und uns dann hier beispielsweise noch ein bisschen Platz für zwei weitere Häuser erarbeiten. Und hier können wir das einfach ein bisschen schöner machen. So. Und dann gehen wir hier in die Blaupause jetzt rein. Ah. Und da passt sogar auch noch eins hin. Wobei dann das hier nicht angeschlossen ist. Was natürlich schade wäre. Ja. Könnte man auch machen, ne? Um eine interessantere Struktur zu bauen. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Dann bauen wir es so ran. Dann kriegt das seine Straßenanbindung. Dann machen wir hier noch eine Straßenanbindung rüber. Und dann bauen wir hier in die Mitte irgendwie einen Springbrunnenplatz. Okay. Der ist zu groß. Dann bauen wir einen Springbrunnen da einfach rein. Denn das freut auch die Forscher hier. Denn das ist ja direkt am Rand des Forscherviertels. Okay. Ja. Und dann beginnen wir hier unsere Reihen lang zu ziehen. Und werden dann natürlich noch mit der Verteilung. Oh. Das ist vielleicht ein bisschen sehr lang. Ja. Wobei. Wenn wir die jetzt einmal unterbrechen. Dann ist auch doof. Dann kommen wir da nämlich nicht mehr so schön raus. Aber ich glaube, wir sollten das trotzdem machen. Wir wollen es ja jetzt wirklich nicht übertreiben irgendwie. mit der Länge unserer Bauabschnitte. So. Wie kommen wir hier hinten raus? Gar nicht so schlimm. Ist mein Fazit hierzu. Die Straße verschiebt sich quasi um einen. Aber das kein Problem. Und wir sorgen mal kurz hier dafür, dass wir hier eine anständige Straßenanbindung überall haben. Und dass wir hier hinten so ein bisschen lang gehen können mit dem Straßenfinch eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann gibt es natürlich hier noch die Querverbindung. Damit das auch angebracht ist. Okay. Jetzt könnten wir überlegen, den Zoo ein nach vorne zu verschieben. Um das anzupassen. An dieses architektonische Meisterwerk möchte ich schon fast meinen. Also hier die Straße ist ja auf jeden Fall erstmal redundant. Ja. Und den Zoo jetzt einen nach vorne. Dann könnten wir hinten noch ein bisschen mit Wald aufstocken oder so. Ich denke, wir machen das. Der Symmetrie wegen. Dann werden wir das einen nach vorne verschieben. Und dann den ganzen Zoo einen nach vorne. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Können wir gleich gucken, dass wir es nochmal nachbauen. Man geht hier eben eine Straße lang. Wo aber auch wunderbar der Strom noch weiter versorgt wird. Gucken wir mal kurz, wie es hier jetzt aussieht mit unseren Modulen. Ne, 84 haben wir weiterhin. Dann könnten wir hier rausnehmen und könnten hier hinten noch ein bisschen Wald anpflanzen oder so. Pappelallee, Zypressen, Ulme. Ich glaube, da gibt es einfach nur Laubbäume. Hier hinten. Das Holzfällerparadies hier hinten. Da würden die sich drüber freuen, wenn sie hier mal ein bisschen abholzen dürften. Das steht aber unter Artenschutz. Unsere Bäume. Und deshalb wird hier nicht gefällt. Auch wenn es den meisten nicht so gefällt. So. Einmal hingesetzt. Und dann setzen wir hier noch welche hin. Malsching ist mal wieder beleidigt von uns. Habe ich da jetzt andere Bäume hingestellt? Ne, Laubbäume. Okay. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Aber auch hier wieder die Unterschiede, ne? Haben wir den eigentlich abgeholt? Ah, ne. Der braucht auch noch 10 Sekündchen. Dann warten wir noch kurz die 10 Sekunden ab. Und sammeln das dann sofort ein. Sind ja nicht mal 10 Sekunden. Bahnbrechen, Entdeckung einmal abholen. Dankeschön. Grasias. Die Ölquelle verschieben. Haben wir damit freigeschaltet. Das brauchen wir aber jetzt noch ein paar Mal, damit wir das dann tatsächlich auch umsetzen können, was wir hier für Crown Falls geplant haben. Nämlich die Versetzung von 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Woanders hin. Okay. Jetzt kommen wir hier natürlich an den Punkt, wo wir gucken müssen, wie gestalten wir das Ganze mit dem Zoo zusammen. Und das geht so eigentlich erstmal ganz gut. Warte mal. Schauen wir mal kurz. Guck mal, das passt ja eigentlich wirklich perfekt. Wow. Ja, supi. Alles klar. Hier werden wir natürlich noch Bankhäuser und so reinziehen müssen. Das machen wir alles später. Hier wäre es, glaube ich, trotzdem gut, noch so eine kleine Verbindungsmöglichkeit zu haben. Auch unsere Feuerwehr fehlt noch und so weiter und so fort. Das wird alles noch kommen. Wenn die Zeit reif ist, für die Feuerwehr ist sie gleich schon reif, genauso wie für die Polizei. Also so für die essentiellen Sachen. Krankenhaus, also ein heißes Hospital hier. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es jetzt genau heißt. Ja, auf jeden Fall ein Krankenhaushalt. Vielleicht bauen wir das Krankenhaus hier hinten rein. Das sah jetzt nach einem ganz passenden Platz dafür aus. Ein Krankenhaus, bitte. Nee, passt aber nicht. Okay, dann habe ich mich geirrt. Dann bauen wir es vielleicht auch relativ zentral. Dann versorgt es vielleicht die ganze hintere Ikone hier mit einem Krankenhaus. Das sieht tatsächlich danach aus, dass wir nur ein Hospital brauchen werden. Ja, und eine Feuerwehr brauchen wir auf jeden Fall noch. Kriegen wir die vielleicht hier rein? Ja, supi. Auch einmal hinbauen, bitte. Die versorgt aber gar nicht alles. Okay. Das heißt, wir könnten überlegen, hier nochmal rauszunehmen und auch hier noch eine Feuerwehr reinzusetzen. Wenn das passen würde, tut es aber nicht. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Das heißt, wir müssen hier noch ein weiteres Haus wegnehmen und dann passt hier aber eine Feuerwehr rein. Und zwar locker. Okay, auch die können wir dann schon mal bauen. Dann haben wir hier das Gebiet auf jeden Fall mit der Feuerwehr schon mal abgesichert. Eine Polizeistation brauchen wir noch. Wo könnten wir noch einen rausholen ohne Probleme? Warte mal, wie war das hier? Da müsste es doch eigentlich gehen. Wenn hier eine Polizeistation rausreinkommt, dann müssten wir hier hinten noch ganz gut auffüllen können. Ja, supi. So habe ich mir das doch vorgestellt. Sehr schön. Tja, und Marktplatz und wir bauen, ne, wir bauen nicht nur einen Marktplatz. Dann können wir nachher da nämlich eine Uni noch rein platzieren. Dann bauen wir hier erstmal den Marktplatz und das Wirtshaus rein. Bauen das aus. Eine Schule werden wir noch brauchen. Dafür nehmen wir hier auch vier einmal raus. Die werden wir später wieder ersetzen. Auch hier kommt dann eine Schule rein. Uni, Bankhaus, etc. gucken wir dann, wenn es nötig ist. Ja, und dann können wir die hier halt auch einfach mal hinsetzen. Und ich würde gerne auch alle Bauernhäuser mal ausbauen. Und dann können wir auch mit unseren Arbeitern hier in dem Viertel schon direkt einen höher ziehen wieder zu den Handwerkern. Und da wieder ein bisschen Bevölkerung ansammeln, damit wir auch ganz schnell weiterschauen können. Die Versorgung hier scheint mit allen wichtigen Gebäuden gegeben zu sein. Die Rohstoffe, die werden sich jetzt schon noch ansammeln. Sehr schön, wunderbar. Dann können wir eigentlich nämlich, wenn wir noch irgendwo Handwerker haben, was ich bezweifle. Ne, wir haben keine Handwerker hier mehr. Sonst hätte ich die jetzt weiter hochgezogen. Denn wir haben wieder genug Platz. Aber dann werden wir jetzt erstmal abwarten müssen, dass dieses Viertel aufsteigt. Wir haben heute ein bisschen was verschoben, ein bisschen Stadtplanung betrieben, ein bisschen was ausgebaut. Und haben damit gute Fortschritte erzielt, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen in der nächsten Folge. Werden wir gucken, dass wir hier hinten einmal auffüllen. Und dann werden wir uns vielleicht auch mal unserem Zoo widmen, dass der nochmal ein bisschen mehr Attraktivität liefert. Bis dann. Ciao. Ciao.